Wenn wir zum Bäcker gehen oder in den Supermarkt, dann freuen wir uns, wenn es verschiedene Brotsorten im Regal hat. Am Montag ein Nussbrot, am Dienstag ein Baguette und am Mittwoch ein Dinkelvollkornbrot. Genau so ist es mit der Kunst und der Kultur. Vielfalt bietet Abwechslung. Vielfalt ist inspirierend und Vielfalt macht die Stadt attraktiv für ihre Bewohnerinnen und Besucherinnen von aussen. In Baden gibt es drei verschiedene Kunstinstitutionen. Das Trudelhaus, der Kunststrom, den ich leid und das Museum Langmatt. Jede von diesen Institutionen ist einmalig und ich möchte keine von Ihnen missen.